Moin Leute und herzlich willkommen zu WoW im Jahre 2024 und zwar erfahrt ihr in diesem Video, was uns in WoW 2024 erwartet. Blizzard hat jetzt nämlich den ungefähren Zeitplan, was Inhaltsupdates betrifft, für 2024 veröffentlicht. Die Roadmap für WoW Retail, wie es da jetzt weitergeht in den kommenden Monaten bzw. im Jahre 2024. Als allererstes haben sie hier bestätigt, dass im Januar 2024 der Patch 10.2.5 kommt. Steht nämlich, um genau zu sein, hier im Januar steht das Inhaltsupdate Saat der Erneuerung auf dem Programm und das ist 10.2.5. Also das kommt dann nächstes Jahr direkt im Januar, wunderbar. Und in diesem Patch geht es um ein bisschen Transmog, Drachen, Reiten wird weltweit freigeschalten auf Azeroth. Dann kann man Gilneas zurückerobern, bisschen Story kommt auch dazu. Dann gibt es Follower Dungeons, sprich mit Bots, mit NPCs, Dungeons laufen, aber nur heroische normale Dungeons, würde ich behaupten. Dann noch Azeroth Archive, das muss man sich so vorstellen, wie die Traumsprünge oder wie die Zeitrisse. Ein weiteres Event für die Erfolgsjäger, Sammler und Co. Dann gibt es noch den Outland Cup, sprich für die Scherbenwelt, Drachenreiten-Event, da kann man auch wieder Erfolge holen. Und anscheinend gibt es auch noch ein Hearthstone-Event, was wohl anscheinend auch stattfindet in WoW. Da kann man dann auch wieder sicherlich irgendwas Schönes abstauben, wie ein Mount Haustier oder Transmog. Dann geht es weiter anscheinend mit 10.2.6, keine Ahnung was das genau bedeuten soll. Dann haben wir hier The War Within Alpha, startet dann auch relativ früh im Jahre 2024. Und dann sind wir schon fast beim Frühling angekommen. Season 4 wird starten in Dragonflight, wahrscheinlich so April, Mai rum, würde ich jetzt tippen. Und das bringt logischerweise neue PvP-Season mit sich, neue Mutes-Plus-Season, sprich neue Mutes-Plus-Dungeons, wieder andere Rotationen. Dann wohl auch in der offenen Welt werden alle Sachen halt hochgestuft, damit das passt für Dragonflight Season 4 mit den Belohnungen und so. Das ist halt alles höher skaliert, ist klar. Und logischerweise werden auch die Raids quasi wieder besucht werden, also Amir-Trassil wahrscheinlich, dann Gewölbe der Inkarnationen und Arbaros. Alle drei Dragonflight Raids wird man dann in Dragonflight Season 4 wahrscheinlich wieder spielen, mit so einem speziellen System, wo man sich wahrscheinlich auch wieder seine Biss-Items kaufen kann. Ähnlich wie in Shadowlands Season 4. Und ja, also eigentlich das gleiche passiert hier mit der Dragonflight Season 4 wie Shadowlands Season 4. Dann haben wir wohl auch im Frühling, aber eher so Ende Frühling, also ich tippe ja auf April, Mai kommt dann Dragonflight Season 4. Und keine Ahnung, 10, 2, 7, vielleicht dann schon einen Monat später, würde mich nicht wundern. Da haben wir dann Timerunning Pandamonium. Das könnte cool sein. Wir hatten ja auch in der Dragonflight Kampagne, so am Anfang oder ganz am Ende der ersten Kampagne zum Release quasi, cooles Zeitrennen-Event sozusagen. Vielleicht ist das sowas. Würde ich auf jeden Fall feiern, wenn man da richtig Spaß haben kann mit so einem Zeit-Event, wo man richtig schnell durchgeht, ein bisschen links-rechts-moven muss. Dann haben wir Harbinger-Quests. Das ist, glaube ich, Xalatav. So ein bisschen wird dann halt auch schon vorbereitet auf The War Within Story, ist klar. Dann haben wir für die Trolle und für die Draenei Traditionsausrüstung. Und zu guter Letzt haben wir auch wieder Feiertags-Updates. Wahrscheinlich werden da die Events wie Sonnenwendfest geupdatet und Co., weil das kommt ja dann im Sommer. Kurz nach 10.27 oder währenddessen startet dann wahrscheinlich auch The War Within Beta. Und dann sind wir auch schon im Sommer. Und im Sommer, Anfang Sommer wahrscheinlich sogar, kommt schon The War Within Pre-Patch. Sprich so Juni, Juli rum, würde ich jetzt tippen. Das wird interessant. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall dann World-Events, Warbands schon drinne, Dynamic Flight. Das ist einfach eigentlich genau das gleiche wie Dragon Riding Worldweit, würde ich sagen. Nur, dass es halt dann anders heißt. Dann haben wir Gilden-Updates. Interessant, okay. Und ja, das Krasse ist halt vom Pre-Patch, würde ich sagen, dass die Warbands schon dann kommen. Weil das bedeutet ja, dass alles twinkfreundlicher ist. Dass man alles quasi zwischen seinen Charakteren auf seinen ganzen Account teilt. Und gut, World-Events ist klar, gibt wieder so ein Special World-Event für den Pre-Patch halt. So wie auch immer zu jeder Erweiterung, da gibt es ja immer ein spezielles Welt-Event. Und dann schaut es so aus, dass Ende Sommer, Anfang Herbst schon The War Within live gehen wird. Also es released schon wahrscheinlich so August, September, Oktober rum. Und da haben wir dann die Kampagne, logischerweise. Die Delves, das wird nice. Die Ausgrabungen oder sowas ähnliches. Dann die Heroischen oder Held-Talente, wie auch immer. Dann haben wir die Irdennen, das Verbündete Volk. Sind aber im Prinzip einfach nur Zwerge, die man auch schon aus Nordend kennt, sozusagen. Die liefen da auch immer rum. Dann haben wir vier neue Zonen, logischerweise. Da questet man eine Kampagne durchspielen und und und. Und acht neue Dungeons, das wird geil. Mythisch Null, die erstmal laufen. Und Mythisch Plus werden dann, denke ich, nicht diese acht neue Dungeons direkt sein. So wie es auch in Dragonflight waren. Da haben sie ja auch in der ersten Season von Dragonflight vier M-Plus-Dungeons aus Dragonflight genommen. Und vier alte. Wahrscheinlich machen die das auch dann so genau weiter. Vielleicht ändern sie es auch. Und sie machen in der ersten Season von The War Within alle acht neuen The War Within-Dungeons als M-Plus-Dungeon. Season glaube ich aber nicht. Dann haben wir den neuen Raid, ist klar. Und neue PvP-Seasons, so wie immer. Und Ende Herbst, oder ja, irgendwann im Herbst, kommt dann 11.0.5 schon. Das gibt dann wohl auch nochmal ein bisschen Story-Quests, man kennt es. Und dann natürlich neue Inhalte und System-Updates, wunderbar. Und natürlich auch der 20. Geburtstag von WoW steht dann auch vor der Tür. Und das wird sicherlich auch speziell gefeiert, weil in der letzten Zeit die Geburtstage war irgendwie immer das Gleiche. Haben die nicht mehr großartig verändert. Ich denke mal, zum 20. WoW-Geburtstag werden die da ordentlich was ändern. Dann im Spiel auch. Und da wird es dann auch wieder Transmog-Mounts, Erfolge und Co. geben. Wunderbar, soviel zu Retail-WoW für 2024. So läuft das dann. Also einiges an Content wird da kommen. Und auch für 2024 die Roadmap für WoW Classic haben wir auch am Start. Im Winter jetzt hier, Januar, wahrscheinlich kommen dann da Rubin, Sanctum Raid für WoW Classic. Dann geht es weiter mit Season of Discovery, auch noch im Winter, wahrscheinlich Januar, Februar rum. Kann man dann auf 40 Level, neue Rune, neues PvP-Event. Gnom Regan als Raid kommt vorbei. Dann für Classic Hardcore gibt es den Self-Found-Mode. Das ist sowas, im Prinzip, dass es noch schwerer ist. Man kann dann eventuell nicht handeln mit anderen Spielern oder nicht das Auktionshaus benutzen. Das ist Stufe 60 oder so ein Shit. Dann geht es weiter im Frühling mit Season of Discovery. Level 50 könnte er leveln. Neue Rune, neuer Raid. Und dann steht auch schon Cataclysm Classic vor der Tür. Der Pre-Patch für Katar kommt vorbei. Ende Frühling wahrscheinlich oder im Frühling irgendwann. Und das bringt das Pre-Patch-Event mit sich. Worgen und Goblins, wir kennen es. Verbesserte Gilden-Features. Dann Account-weite Sammlungen. Transmog kommt rein. Und dann im Sommer, wahrscheinlich Anfang Sommer, kommt Cataclysm Classic raus mit der Kampagnen-Story. Wusste gar nicht, dass es da eine Kampagnen-Story gibt, aber okay. Aber wahrscheinlich ist damit einfach nur gemeint. Hygel durch, Questen, Tiefenheim. Vajir, was gibt es noch? Uldum gab es und Schattenhochland. Vielleicht ist damit einfach die Kampagne gemeint. Dann vier neue Raids. Feuerlande, Bastion des Zwielichts, Pechschwing-Abstieg und Drachenseele sind da wahrscheinlich mit gemeint. Dann sieben neue Dungeons, wie zum Beispiel Thron der Gezeiten. Oder auch der steinernde Kern und Co. Ihr kennt es. Zwei heroische Dungeons, okay. Dann PvP-Schlachtfelder und Dunkelmond. Insel kommt anscheinend auch dann vorbei, okay. Und dann geht es weiter, auch im Sommer. Season of Discovery geht weiter. Dann kommt Stufe 60, kann man bis Stufe 60 Level. Neue Ruhen wieder und Endgame-Aktivitäten kommen rein, wie zum Beispiel wahrscheinlich Karasan-Krypta als Raid. Und dann geht es weiter mit Cataclysm-Classic, Rise of the Sandalari kommt vorbei, damit ist wahrscheinlich gemeint. Das reworkte Zul-Gurub und Zul-Aman. Und dann geht es zum Ende, Rage of the Firelands. Anfang Herbst wahrscheinlich Firelands oder Feuerlande wird als Raid rausgebracht. Und Season of Discovery wird auch nochmal Ende Herbst wahrscheinlich ein Update rausgehauen. Also da geht einiges ab, Freunde. Sehr, sehr viel Content in WoW. Ist krass, ist gut fürs Spiel. Wunderbar, das wird ein Spaß. Ich freue mich drauf. Schreibt mir gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare, würde mich interessieren, was ihr so davon haltet. Und sonst würde ich sagen, viel Spaß in WoW. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.